Jetzt stellt euch das mal vor, Leute, ich will euch jetzt nur mal die Dimensionen hier zeigen, jetzt stellt euch mal vor, es hätte jetzt irgendein böser Politiker aus der falschen Partei, wie man so schön sagt, die dann zufälligerweise wieder blau wäre, er hätte jetzt geschrieben, diese Mannschaft ist wirklich großartig, jetzt stellt euch mal vor, da wären nur schwarze deutsche Spieler auf dem Spielfeld. Hör mal, da wäre ein Staatsakt draus gemacht worden, das sag ich euch aber, ein Staatsakt, sondersgleichen, ja, da wäre höchstwahrscheinlich sofort Sonderdebatte, ja, wir müssen hier einen neuen Tagespunkt machen, sofort, ne, Politiker stellen sich alle zusammen, haben höchstwahrscheinlich auch vorher im Eilverfahren T-Shirts drucken lassen. Denn wir kommen jetzt zu dem Katrin Göring-Eckardt-Tweet, das wollen wir uns nämlich hier mal zusammen anschauen, der gestern sowas von sinnlos war und da sollte man sich nämlich jetzt mal wirklich die Frage stellen, ob der sogenannte Rassismus gegen weiße Menschen, den es ja angeblich nicht geben würde, da sind ja einige Leute da draus, die sagen, es gibt es gar nicht, es gibt gar kein Rassismus gegen weiße, das ist doch alles Quatsch. Natürlich gibt es Rassismus gegen weiße, es gibt Rassismus gegen weiße, genauso wie es Rassismus gegen jede andere Hautfarbe dieser Welt gibt, ja, und da möchte ich nämlich auch mal jetzt mit euch drüber sprechen, weil ich das auch als wichtig ansehe, dass endlich mal einer darüber spricht, dass Rassismus gegen weiß scheinbar so als, man kann sagen, Kavaliersdelikt einfach immer so abgetan wird. Ach ja, oh ja, da hab ich mal ein Fitzchen gemacht, oh ja, da müssen wir uns doch nicht gleich so anstellen, ne. Und da muss man dann immer mal wieder sagen, stellt euch mal vor, das würde dann auch gegen schwarze Menschen gemacht werden oder braune Menschen oder gelbe, blaue, rosa, was weiß ich, was da alles gibt, ja. Ja, und jetzt stellt euch das auch mal vor, dann wäre aber mal wieder ein absoluter Staatsakt vom Zaun gebrochen worden, aber wenn es gegen Menschen mit weißer Hautfarbe geht, dann ist das alles irgendwie immer so mit so einem Augenzwinkern, ach, stellt euch doch nicht so an, ihr seid doch in der Welt die bestaufgestelltesten, die es überhaupt gibt, dann gibt es auch immer so total bescheuerte Leute, die der Meinung sind, Menschen mit weißer Hautfarbe hätten es besser. Ja, wo man sich dann auch so die Frage stellt, so, was, wie, also, nur weil du jetzt eine weiße Hautfarbe, was heißt das also, dass du gleich direkt besser gestellt bist im Leben, also, da gibt es wirklich Leute da draußen, die haben eine sehr, sehr eigenartige, ja, einen sehr eigenartigen Bezug zur Realität, muss man hier sagen, aber wir kommen drauf, ne. Also, wir werden uns das Ganze jetzt angucken und wer es noch nicht mitgekriegt haben sollte, wer komplett hinter dem Mond lebt, das zeige ich euch jetzt mal, denn auch die Welt hat darüber berichtet, wow, ja, die Welt hat auch mal, ja, ich weiß aber noch nicht wie kritisch, das werden wir jetzt gleich sehen, aber dafür bin ich ja da, wir schauen mal kurz rein, das hat die gute Katrin Göring-Eckardt gepostet. Die sportliche Leistung der deutschen Nationalmannschaft wird jedoch aber wieder völlig unnötig politisch überschattet, denn kurz nach Abhilfe des Spiels Deutschland-Ungarn sorgte die grünen Politikerin Katrin Göring-Eckardt mit einem Tweet zur Hautfarbe der Spieler in der deutschen Nationalmannschaft für helle Aufregung. Oh, nach einem Schütt... Oh, ho, 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 für helle Aufregung. Oh, ho, 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 ho. Da könnte man jetzt auch drüber diskutieren, ja, also, ne, jetzt könnte man das auch mal wieder sagen, Leute. Ich bin ja jetzt kein Weichgespülter, der jetzt direkt sagt, ach, muss das denn sein, in Bezug auf das, was Katrin Göring-Eckardt da vom Zaun gebrochen hat, aber jetzt stellen wir uns sich mal andersrum vor. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, bevor wir uns den Tweet jetzt auch angucken, ein böser, böser AfD-Politiker hätte geschrieben, meine Güte, was war das heute, ein schlechter Spieltag der deutschen Nationalmannschaft und dann hat auch noch der Rüdiger ein Eigentor geschossen. Meine Güte, der schwarze Peter geht mal wieder rum, was ein schwarzer Tag für die deutsche Nationalmannschaft. Schau mal vor, das hätte jetzt ein AfD-Politiker geschrieben und der Moderator hier hinter mir gerade hätte das jetzt so anmoderiert und hätte dann gesagt, welche dunklen Sphären sich da aufgetan haben in Bezug auf den Post. Da hätten höchstwahrscheinlich der ein oder andere da draußen wieder gesagt, was, warum, was soll das? Da hätten sie sich wieder so aufgeregt, ja, aber jetzt, helle Aufregung. Ja, wie sagt man so schön, ich bin wie Michael Jacksons Haut, denn keiner hält mich auf. Weiter geht's. Storm löschte sie den Tweet später auch, weil User ihr Rassismus vorwarfen. Mit ihrem Post wollte die Bundestagsvizepräsidentin wohl Bezug auf eine WDR-Umfrage nehmen, die Anfang des Monats bereits für Empörung gesorgt hatte. Aber das hat gerade gar nicht so richtig gepasst, oder? Ich hätte es anders sagen müssen. Ich bin nicht wie Michael Jacksons Haut, denn keiner hält mich auf. So rum. So wäre es richtig gewesen. Das DFB-Team gewinnt 2 zu 0 gegen Ungarn, Fußball-Deutschland feiert und die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt verfasst diesen Tweet. Diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler. Ja, da. Ja. So. Das hat die Katrin Göring-Eckardt, Politikerin aus dem Deutschen Bundestag, auch Abgeordnete genannt. Ja, hat hier so etwas hier oben. Ja, ich gehe mal hier hin. Hier. Da. Wahnsinn. Ja. Diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler. Was soll das heißen? Stellt euch vor, da wären nur weiße deutsche Spieler. Jetzt stellt euch das mal vor. Leute, ich will euch jetzt nun mal die Dimensionen hier zeigen. Jetzt stellt euch mal vor, es hätte jetzt irgendein böser Politiker aus der falschen Partei, wie man so schön sagt, die dann zufälligerweise wieder blau wäre. Er hätte jetzt geschrieben, diese Mannschaft ist wirklich großartig. Jetzt stellt euch mal vor, da wären nur schwarze deutsche Spieler auf dem Spielfeld. Hör mal, da wäre ein Staatsakt draus gemacht worden. Das sag ich euch aber. Ein Staatsakt. Sondersgleichen. Ja, da wäre höchstwahrscheinlich sofort Sonderdebatte. Ja, wir müssen hier einen neuen Tagespunkt machen. Sofort, ne. Politiker stellen sich alle zusammen. Haben höchstwahrscheinlich auch vorher im Eilverfahren T-Shirts drucken lassen. Und dann wären höchstwahrscheinlich die Gerichte schon bereit. Der Richter steht schon. Da hat sich schon hingesetzt, damit dann auch sofort der Politiker abgeurteilt werden könnte. Rein theoretisch, ja. Und das Volk wäre aufgestanden. Höchstwahrscheinlich wären dieselben Leute, die damals bei dem Westin Hotel, ja. Dort ihre Fahnen geschwungen haben, als Gil Ofarim angegangen worden wäre, ja. Die wären dann auch schnell, hätten dann den anderen Schrank aufgemacht, ja. Wo dann die Black Lives Matter Transparenten rausgeholt worden wären. Dann hätten sie sich dann auch davor gestellt. Und dann wäre ein riesengroßer Skandal vom Zaun gebrochen worden. Aber wenn man sagt hier, nur weiße deutsche Spieler, ja. Dann, ja, ein unglücklicher Post einer Abgeordneten von Katrin Göring-Eckardt. Ganz unglücklich, ja. Auch so denkst du, Leute, sorry, aber das ist auch Rassismus. Also, ich bin sowieso jetzt nicht so weichgespült. Aber von der Definition her ist das hier auch Rassismus. Und was wird da jetzt drauf folgen? Kann ich euch sagen. Nichts. Leichten Beben an der Wahlurne. Aber ich sag mal so, ich glaub sowieso nicht daran an faire Auszählungen. Also, sie könnten theoretisch alles machen. Ja, die Parteien werden ja sowieso immer wieder gewählt. Ja, also hier. Ja, ich zeig's euch nochmal. Hier. Diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz mal vor, da wären nur weiße deutsche Spieler. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Es ist schon unfassbar, aber es ist ja wieder so, ich weiß ja, was jetzt wieder kommt. Ach, stellt euch doch nicht so an. Ja, Mensch, ihr habt doch den Post einfach nur falsch verstanden. Also, ja, Rechte instrumentalisieren das jetzt wieder. Die Rechtspopulisten kommen jetzt wieder aus ihren Löchern gekrochen und regen sich jetzt darüber auf. Ach, jetzt kommt, jetzt seid doch mal nicht so. Ja, also, wenn man sowas kommt, ich bin jetzt auch mal, vor allen Dingen jetzt auch mal gespannt, was denn jetzt auch Welt dazu sagt. Diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler. Auf der Plattform X erntet die Grünen-Politikerin für diesen Post massive Kritik. Etwa von FDP-Vize-Wolfgang Kubicki. Ich finde es wirklich bedenklich, wenn Menschen in Deutschland nach ihrer Hautfarbe bewertet werden. Die Kollegin sollte diesen Text schnell löschen, schrieb er in einer Reaktion auf den Post. Und das tat Göring-Eckardt dann nach tausenden empörten Kommentaren auch vier Stunden später und schickte einen Entschuldigungspost hinterher. Na, vier Stunden hat die dafür gebraucht. Vier Stunden, um den Tweet zu löschen. Ja, hat höchstwahrscheinlich erstmal abgewartet. Ach, gucken wir mal. Gucken wir mal, ob mich viele hier verteidigen. Wenn ja, lasse ich den Post stehen. Aber wenn ich, wie es ja auch realistisch ist und wie ich es euch ja immer wieder sage, die Leute da draußen eigentlich keinen Bock mehr auf die Politik haben und jetzt nur negative Kommentare kommen, dann lösche ich es natürlich schnell. Und so ist es natürlich auch logischerweise gekommen. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, was die Göring-Eckardt denn da als Entschuldigung getippt hat. Schauen wir doch mal. Tut mir leid. Also ich lese es dann mal selber vor. Habe meinen Tweet gelöscht. Tut mir leid, wie ich formuliert habe. Mich hat aufgeregt, dass 21% der Deutschen es besser fänden, wenn man Weiße in der Nationalmannschaft wären. Ich bin stolz auf diese Mannschaft und wünsche mir, dass wir auch die 21% noch überzeugen. So kann man sich dann auch relativ schnell rausreden, oder? Ja, mich hat da was aufgeregt. Da fragt man sich aber schon. Die hat aber lang dafür gebraucht, oder? Fürchterlich, muss man hier auch ganz offen und ehrlich sagen. Fürchterlich. Ja, wie kann man denn wollen, dass Menschen mit weißer Hautfarbe generell Fußball spielen? Sollte verboten werden. Ja, ich finde, man sollte so ein neues Gesetz auf den Weg bringen. So ein Antidiskriminierungsgesetz. Aufgrund von Gründen, so könnte man natürlich dann auch dieses Gesetz dann erstmal formulieren, ist es ab sofort verboten, dass nur weiße Menschen mit weißer Hautfarbe am Fußballgeschehen teilnehmen. Oder generell an Sportarten. Und wenn ein gewisser Prozentsatz keine weiße Hautfarbe hat, dann ist es auch logischerweise den Menschen verboten, generell diese Sportart auszuführen. Ja? Und dann Hashtag, wir sind tolerant, oder sowas. Das wäre auch auf jeden Fall ganz schön. Übrigens, ja, und jetzt müsst ihr ganz stark sein da draußen. Im Handball, ja, im Handball. Da ist es ja so, ei, ei, ei. Da gibt es ja überhaupt keine Vielfalt. Ist euch mal aufgefallen, im Handball, da müssen ganz, ganz böse Nazis zugange sein. Ja, alle Leute, die Handball spielen, na, da stimmt doch irgendwas nicht. Denn guckt euch mal mit Verstand die Handballmannschaften an. Ja, das sind ja nur weiße in Deutschland. Wie kann das denn sein? Das ist ja ekelhaft. Warum sind denn da nur Weiße? Woran mag das liegen? Das ist genauso, wie wenn man jetzt mal auf die Geschlechter geht. In der Formel 1 fährt auch keine Frau mit. Mögen sie sich da auch nicht mal drüber echauffieren wollen, dass sie jetzt vielleicht mal eine Ansage an die Formel 1 machen. Wie wäre es denn mal mit, wir brauchen mehr Vielfalt in der Formel 1? Ja, wie wäre es denn mal damit, dass man dann sagt, warum fährt denn keine Frau bei der Formel 1? Warum fahren denn da nur Männer mit? Ja, Hechtig-Feminismus oder irgendwie sowas. Das Patriarchat, ja, ist ja auch wieder so, ne? In der Formel 1 fahren ja leider nur Männer mit, ne? Da haben wir es mal wieder. Da werden mal wieder die Frauen diskriminiert. Warum fährt denn da keine Frau mit? Die bösen, bösen Männer wieder. Die bösen, weißen Männer, die einfach alles dominieren, sollte sofort verboten werden. Wie ich formuliert habe. Mich hat aufgeregt, dass 21% der Deutschen es besser fänden, wenn mehr Weiße in der Nationalmannschaft wären. Ich bin stolz auf diese Mannschaft und wünsche mir, dass wir auch die 21% noch überzeugen. Die Grünen-Politikerin bezieht sich offenbar auf eine Anfang des Monats veröffentlichte Umfrage für den WDR. In der Befragung hatte jeder Fünfte angegeben, dass er es besser fände, wenn in der deutschen Nationalmannschaft mehr Weiße Spieler spielen würden. 17% der Befragten fanden es schade, dass die Mannschaft mit Ilkay Gündogan einen Kapitän mit türkischen Wurzeln habe. Trainer Julian Nagelsmann hatte die Umfrage mitten in der EM-Vorbereitung scharf kritisiert. So, merkt ihr, was jetzt gerade stattfindet? Jetzt gerade wieder in dem Moment. Also nochmal, ja, darüber kann man sich aufregen, definitiv. Ja, also, dass es da Leute gibt, die das, also sagen wir mal, gerne sehen würden. Da kann man jetzt lang und breit drüber diskutieren. Aber darum geht es ja jetzt gerade eben gar nicht. Sondern es geht ja jetzt rein ausschließlich nur um diesen Tweet. So, es geht ja jetzt darum, dass diese Frau Göring-Eckardt geschrieben hat, jetzt stelle ich euch mal vor, es wären nur weiße deutsche Spieler in der Nationalmannschaft. So hat sie es ja gesagt. So hat sie es ja selber gepostet. Was ich jetzt hier wieder schwierig finde, ist, dass man jetzt wieder diese Vergleiche strickt. Weil jetzt stelle man sich mal vor, wieder mal ein anderes Szenario. Angenommen, ein Politiker, ein Politiker aus Südamerika, also nicht Südamerika, Südafrika, aus Südafrika würde jetzt schreiben, aha, jetzt stelle man sich mal vor, wir hätten hier zu viele Weiße in unserer Nationalmannschaft. Oder er beklagt sich darüber, dass es zu viele Weiße gäbe, die in der Nationalmannschaft von Südafrika wären. Ja, das passt irgendwie nicht. Irgendwie so ein verrückter Post, okay? Daraufhin würde ein AfD-Politiker das sehen und würde dann es einfach für die deutsche Nationalmannschaft umdichten und würde dann schreiben, es sind mir zu viele schwarze Menschen in der deutschen Nationalmannschaft. Angenommen, es würde jemand machen. Meint ihr, die würden dann auch so darüber berichten und sagen, ja, es war ja nur quasi eine Hommage an das, was der Politiker aus Südafrika gemacht hat. So, das war ja quasi nur überspitzt dargestellt. Nein, da würde ein Staatsakt draus gemacht werden. Ohne Witz. Da wäre ein Staatsakt. Und ich sage ja auch jetzt nicht, dass es jetzt unbegründet wäre oder so. Natürlich. Rassismus ist immer scheiße, egal gegen wen es geht. Und da spreche ich mich auch für aus. Oder gegen aus, besser gesagt. Ja, es ist egal, ob du was gegen weiße Menschen sagst, gegen schwarze Menschen sagst. Egal gegen wen. Ja, es ist für mich immer Rassismus. Egal, wen es trifft. Aber hier, merke ich, ist doch wieder eine gewisse Relativierung zu erkennen, oder nicht? Hier wird doch jetzt gerade so ein bisschen versucht, zu relativieren. Ja, weil da war ja auch so eine Umfrage und 21% und um Himmels Willen. Nee, Fakt ist aber, das, was Göring-Eckardt geschrieben hat, das hat, ich zeige es euch nochmal kurz. So, wo hier? Sie hätte ja noch ein bisschen Platz gehabt, um zu schreiben. Ich mache mich mal kleiner. Wo hat sie denn hier zum Beispiel unter anderem reingeschrieben, Bezug nehmend auf die 21%? Oder es hätte ja auch einfach gereicht, wenn sie Hashtag 21% geschrieben hätte. Oder Umfrage 21%, wenn sie nur Hashtag eingeführt hätte. Dann hätte man sagen können, okay, ja, sie bezieht sich da auf die Umfrage. Aber hat sie ja gar nicht in dem Post. Sie hat sich ja in dem Post eben gar nicht auf die Umfrage gestützt hat, in dem Moment, wo sie das gemacht hat. Aber hat sie ja gar nicht. Hat sie nicht. Das heißt, sie hat das einfach so gepostet, ohne einen Bezug herzustellen. Und was jetzt Welt.de draus macht, die stellen ja einen Bezug her. Gut, nachdem natürlich die Frau Eckart jetzt hier diesen Post hier gemacht hat, diesen Entschuldigungspost. Nachdem sie das aber gepostet hatte. Aber sie hat ja, während sie das ja in den eigentlichen Post geschrieben hat, hat sie ja gar keinen Bezug darauf genommen. Das ist für mich eine ganz andere Sache, muss man wirklich ehrlich gesagt sagen. So, wir steigen einfach jetzt mal hier wieder ein. ... mit Ilkay Gündogan einen Kapitän mit türkischen Wurzeln habe. Trainer Julian Nagelsmann hatte die Umfrage mitten in der EM-Vorbereitung scharf kritisiert. Wir spielen eine EM für jeden im Land. Und jeder, der Top-Fußball spielen kann, ist eingeladen, A-Nationalspieler zu sein und für sein Land alles zu geben. Und das machen wir. Und ich hoffe, nie wieder irgendwas von so scheiß Umfragen lesen zu müssen. Und auch der Göring-Eckardt-Tweet ging wohl an dem vorbei, was die meisten Fans nach dem Spiel gegen Ungarn wirklich interessiert, dass Deutschland im Achtelfinale der Europameisterschaft steht. So, ja, das mal kurz dazu. So, und ich will hier natürlich noch mal eine Sache abschließend sagen. Es geht mir hier nur ums Prinzip, ja. Dieser Tweet hier von Göring-Eckardt, der wird ohne Konsequenz bleiben. Da werden keine Konsequenzen drauf folgen. Das kann ich euch jetzt hier schon eindeutig sagen. Da wird nichts passieren, dass man da im Nachhinein vielleicht noch mal rügt und sagt, hör mal, das, was du geschrieben hast, ist auf jeden Fall beleidigend und hat auch rassistische Tendenzen, ganz klar. Es ist Rassismus. Da wird nichts drauf folgen. Ich sag euch so, wie es ist. Dieser Post von ihr wird in spätestens drei Tagen wieder vergessen sein. In drei Tagen hat man es wieder vergessen. Und deswegen geht es mir nämlich hier ums Prinzip. Hätte man das oder irgendwer anderes es gepostet und hätte es statt weiß-schwarz an die Stelle gestellt, hör mal, in zwei Monaten hätten wir noch drüber geredet, hier hätte es ein Staatsakt sondergleichens gegeben, wenn man so etwas gepostet hätte, ja. Und mir geht es hier, wie gesagt, nur um das Prinzip. Und das ist in unserem Land ein ganz großes Problem, was wir haben. Denn hier scheint es nämlich so zu sein, dass Rassismus gegen Weiß als absolute Selbstverständlichkeit hingenommen wird. Ja, mit den Weißen kann man es ja machen. Ja, da ist es ja immer so, ja, die kann man ja nach Belieben beleidigen. Da ist es ja scheinbar egal. Die kann man ja diskriminieren, diffamieren, ja, je nachdem. Ja, immer irgendwelche sinnlosen Witze machen. Wie gesagt, mir ist es egal. Ja, ich bin jemand, ich kann ja, ich mache ja auch Witze. Dann mache ich einfach Witze über den anderen, das ist mir scheißegal, weil ich sage ja gleiches Recht für alle. Weil ich stelle, also ich setze mich ja dafür ein, jeder hat das Recht, diskriminiert zu werden. Ist für mich halt die Devise. Man kann über jeden Witze machen. Und jeder sollte dann auch über den anderen Witze machen. So wie man über mich Witze machen kann. Ja, selbstverständlich kann ich mich aber auch über andere lustig machen. Und dann wäre das nämlich hier auch ein viel besseres Zusammenleben, weil dann hätten nämlich die Leute nicht immer so einen riesengroßen Stock im Arsch. Ja, dann wäre das nämlich witzig, wenn man so Witze machen würde. So, dann ist es lustig. Aber weil alle Leute ja hier so gepudert auf die Welt kommen, ja, und sich immer wegen jeder Scheiße diskriminiert fühlen, ist halt nämlich in diesem Land sowieso ganz verrückt. Alles darf sich hier diskriminiert fühlen. Alles Mögliche. Ja, aber wehe, du bist weiß, heterosexuell und ein Mann. Da hast du ganz, ganz schlechte Karten. Dann stehst du nämlich ganz unten bei der Nahrungskette, weil da darfst du nämlich ja nichts. Du darfst ja nichts, darfst du. Dann musst du die Fresse halten. Ja, aber wehe, es ist anders. Du weißt nicht mehr, welches Geschlecht du bist. Du kannst dich auswählen zwischen den 5 Millionen angeblich anderen Geschlechtern. Ja, und denkst dann auch noch, dass du eventuell ein Flugsaurier bist oder sonst irgendwas. Dann stehst du ganz oben. Dann kannst du dich wegen jeder Scheiße diskriminiert fühlen. Und dann bist du augenscheinlich eine Frau, weil du ja auch vom Geschlecht hier eine Frau bist. Und wehe, da kommt jemand und sagt, gnädige Dame oder gute Frau. Und, ne, dass du halt diese Frau ansprichst. Da kommt, was? Du hast mich jetzt einfach als Frau bezeichnet. Das ist diskriminierend. Dich zeige ich an. Ja, oder man will dann sich in irgendwelche Frauen-Fitnessstudios reinklagen, obwohl man gar keine Frau ist. Man ist ja so gesehen, geschlechtlich gesehen, von der Biologie her, ganz klar ein Mann. Ja, und heutzutage beschäftigen sich Gerichte darüber, dass man sich in Frauen-Fitnessstudios, in Frauen-Saunas oder Saunen ist, glaube ich, die Mehrzahl, da kann man sich reinklagen. Ja, aber wie gesagt, du bist weiß, heterosexuell und ein Mann, dann bist du ganz, ganz unten. Ne, wie gesagt, mir ging es hier gerade nur ums Prinzip. Das musste hier definitiv auf jeden Fall mal gesagt werden. Ich halte diesen Tweet für einen absoluten Skandal, dass man das auch noch als Abgeordnete, als Politikerin bringt. Ja, eine Politikerin, die eigentlich es besser wissen müsste, und ich meine, wir wissen ja eh, was da oben alles regiert. Im Endeffekt ist es ja so, es ist eigentlich nur noch ein absolutes Trauerspiel, was da auch politisch stattfindet. Aber trotzdem, da müsste es normalerweise sofort Konsequenzen für geben, aber es wird sie nicht geben. In drei Tagen ist das alles wieder vergessen. Ja, und was ich auch noch abschließend sagen wollte, mich persönlich regt es voll auf, dass dieser Fußball oder generell auch diese ganze Europameisterschaft schon wieder so versucht wird, politisch instrumentalisiert zu werden. Ganz ehrlich, genießt ein sportliches Turnier und jedes Mal werden da irgendwelche politischen Zusammenhänge gestrickt. Es fehlt wirklich nur noch, ja, dass da wieder irgendwelche, ja, ich sag mal im Vorfeld, wenn die Leute sich da aufstellen, dass da wieder irgendwelche Botschaften vermittelt werden. Es nervt nur noch. Einfach den Sport haben, fertig. Ja, und jeder, der irgendwelche anderen Ideologien im Kopf hat, diesem Menschen ist sowieso nicht mehr zu helfen. Das wollte ich hier noch abschließend kurz gesagt haben, weil es einfach mich nur noch nervt.